Die Brezelbäckerei Ditsch hat klein angefangen mit Verkauf von Brezeln auf der Straße, hat jetzt mittlerweile deutschlandweit 220 Shops, die von selbstständigen Agenturpartnern betrieben werden. Und die Brezelbäckerei Ditsch möchte natürlich auch expandieren und weitere Shops eröffnen. Also das Shopsystem stellt sich so dar, dass unsere Shops voll eingerichtet einem Agenturpartner zur Verfügung gestellt werden. Der arbeitet dort selbstständig, ist verantwortlich in dem Shop für seine Mitarbeiter, für die Präsentation, für den Verkauf, für den Umsatz. Ich bin selbstständig bei Brezelbäckerei Ditsch in Mainz, Römer Passage. Wir kommen frühmorgens im Shop, dann fangen wir auch mit Vorbereitung. Und das muss man irgendwie Spaß haben und das muss man von innerlich, von leidenschaftlich machen. Wir bekommen also fertig die Teiglinge und den Rest vorbereiten wir selbst natürlich, also frisch. Und dann muss man auch frisch belegen. Da kommt natürlich das Bäckerhandwerk zur Gelde. Also unsere Agenturpartner veredeln die Produkte vor Ort, achten darauf, dass die Rezepturen eingehalten werden und ein gleichmäßiges Bild in allen Shops entsteht. Mein Erfolgstrezept ist mein Lächeln und dass man auf der Arbeit Spaß hat. Und dann, dass ich jeden Kunden zufrieden und glücklich machen darf. Das ist für mich das Wichtigste. Ich finde, bei unserem System ist das Einfache und das Besondere, dass wir dem Bewerber ganz klar den einfachen Weg in die Selbstständigkeit aufzeigen und ihm auch die Angst nehmen, Eigenkapital in die Hand zu nehmen. Sondern mit einer geringen Kaution hat er die Möglichkeit, seinen Traum in Erfüllung gehen zu lassen und in die Selbstständigkeit zu gehen.